Was ist Südtirol eines der wenigen Länder in Italien ist, die seit mehreren Jahren, seit den 70er Jahren, ein System des sozialen Mindesteinkommens haben? Das System an und für sich, glaube ich, hat nach wie vor seine Gültigkeit. Ich glaube, wichtig ist aber jedenfalls zu überprüfen, ob man auch von Erfahrungen anderer Länder, Österreich, Trient, noch etwas hinzulernen kann und eventuell das System auch entsprechend anzupassen.